moin moin liebe leutchen das immer wieder mit rift und zwar zwischen den streams mit der lane mit silbi und mit dem bananenbär hier hallo und gleich natürlich wir zum anfang vielen vielen dank fürs einschalten da bleiben wir sind hier immer noch an der karawan insel beschäftigt steh da nicht rum komm mit jetzt haben nämlich noch nicht ein rätsel lösen können ja doch jetzt können wir gleich ein rätsel lösen ich ertrinke ich ertrinke ich habe aber noch schon gebadet heute auf zu heulen und noch container jungen ja komm erst mal mit noch leer plündern müssen wir hier noch nicht hier ist das fahrrad immer an dem an dem schlauch lang und da sind unten drunter stellen wo du luft holen kannst hier aber ich würde hier vorne noch mal auftauchen wo ich jetzt gerade bin hier und dann erst untertauchen seid ihr ihr hättet vorher noch einmal luft holen können da ist ein ding's ja die habe ich schon die gesporen immer wieder nach einfach ausweichen so und hier können wir auch einmal rein in die schüssel ja ich kann ja hier ein das hat ihr sollt da oben noch einmal luft holen da vom pool habe ich geschafft so und weiter ein whirlpool ja weiter da ist hier weiter weiter hat mich getroffen ja weiter schwimmen immer weiter da kommt nämlich jetzt gleich das nächste teil zum luft holen kurz vorm junge junge das ist spannend ja nachher müssen wir hier ist noch alles mit 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 schrott und eisen voll das muss man alles noch sammeln so und weiter runter ja noch weiter da unten müssen wir rein vorsicht da vor dem loch ist ein profi ja sehe ich ja aufzuholen so hier kuno kann sie einsammeln und das lenkrad da ja das brauchen wir siehste da ist der metalldetektor bauplan du hast jetzt hier noch irgendwas ja nur noch das war zum einsammeln halt alles vorsicht puffi mach puff ja komm mal wieder rin hier ja ich den eingang finde hier direkt vor der giftwolke hast genau vor dem ausgang sind puffen lassen ich ertrinke sterbe aua aua gerade so halt eins muss jetzt mal warten bis meine herzen wieder oben sind tut mir leid jo jo und der kuno konnte nicht warten mit dem puff habe ich nicht gerechnet so sie hat dann auch jetzt das zeugs bei das schießpulver genau und dann werden wir dann dort einmal das ding in die luft ja die rakete die rakete oh nein haben wir einmal luft holen wieder wir sind noch hier unten ja ich muss mich erst mal heilen so viel hat mir ganz schön schaden zugefliegt ja 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 so viel tot sowie ist tot ja ja ich sag mal hier gerade das material ein ich glaube nicht dass hier unten noch einer hintaucht noch mal ich nicht ich auch nicht muss mir jetzt mal heilen ich bin zur hälfte das ist ja was gewesen liebe leute ich hab mich trotzdem getroffen obwohl ich unter dach bin unter dach und fach ja da ist bei manchen geht es durch die haben keine colli habe ich auch schon gehabt so sehr wie ich wollte eins höher wie schon ist es voll bis zum nächsten ding wie kommt man dann hier von hier unten vom fahrrad hier ja einen container hier vorne an der seite einfach einmal hoch material hier waren wir auch noch nicht drin hier einmal luft holen und der ist leer will ich noch schrott aber das liegt nicht nur schrott da ist auch noch metall ach zu weit gesprungen verdammt doch profis hinter dir hinterher nicht so hoch und das ist schon der hier hier waren wir ich schwimme einen nach oben mach das nehme ich noch hier das mit nein 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 da ist noch ein stück eisen was ich an der wand beim schlauch hier ist die glocke ein profis hinter mir aber wo waren das jetzt mit dem putteln da müssen wir da müssen wir hier nehmt das eisen hier noch mit ne das sind steine hier ist noch eisen ich bin hier oben jetzt bei der pakete jetzt dauert noch einen kleinen moment auf was macht ihr da so wie sie wie ist schon auf dem weg der ist schon wieder das kann man ja alles zum schluss machen da haben wir nachher so viel zeit zu ich hab mich schon wieder erwischt ich hab mich schon wieder erwischt da war nix drin versteckt ich schwimme nach oben jo die säge unsere zeit läuft weg der b ist auf dem weg aus dem wasser raus beim fahrrad sonnenuntergang zum fluss zurück zum fluss ich warte auf euch hier oben ich brauche das jetzt zum sprengstoff unterwegs ich seh schon das fluss das fluss ich bin hier oben auf dem auf dem berg wo die rakete ist ja toll wir sind da oben in der dunkel ja sag doch kuno gerade die ganze zeit jetzt hab ich schon gesagt wo wo bei uns Wasser noch waren wo wir zur rakete müssen ja aber ich seh jetzt im dunkeln gar nicht wo ich hier hin lasse ich auch nicht ach da muss ich hoch hier muss ich hoch ich bin runtergefallen und jetzt bin ich wieder ganz unten und dann müssen wir glaube ich darauf achten wo das hinfällt wenn da geht da müssen wir dann taugen oder nicht so und wieso das war doch bei der anderen rakete auch hier bin ich im wohnwagen versteckt da bist du das ist ein springstoff mint nee das hat silvi ich bin auf dem weg nach oben bei der dunkelheit ich seh kaum was hier oder ist auch dass man den namen nicht sieht jetzt hätte man das sich ein bisschen einfacher gemacht erst wenn man kurz davor steht sieht man den ich bin jetzt hier bei der pumpe wo man die pumpe betätigen kann geert äh silvi komm mal dahin zurück wo das fahrrad ist ich hole dich unten beim fahrrad ab ich bin schon mal da oben ja aber wo das fahrrad ist da ist der weg dorthin toll ich komme zu dir runter und du kommst dahin am dunklen fahrrad bin ich auf der anderen seite da werden wir den weg wieder rüber finden da ist das fluss da ist das fahrrad so wie oft ich hier schon drinnen war und habe gewartet bei der kreissäge wie weit bist du silvi dann geh mal zum fluss äh wieder runter und da wo wir ins wasser reingegangen sind beim dings ist der kürzeste weg ja genau weil hier müssen wir nämlich links oben hoch zeigt dir den weg halt 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 hier rauf und dann hier rüber hier hoch hier 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 leiter hoch da seid ihr ja guck ja so und da drüben ist es Krankenschwestern da haben wir den Schlüssel für so und dann einmal jetzt zum Rakete und kann wenn wir alle da sind sie wieder Tränen packen und dann müssen wir darauf achten wo das hinfliegt juhu Rakete da 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 fliegs wohin ja genau drauf auf dem Ding da oben drauf auf der anderen Insel wieder vorsicht runterrutschen hochgletschen hier irgendwie so hier hoch komm hier nicht raus das ist die Leiter so deswegen war nur ich hier fände die Leiter ich hab's wollte mal ich sehe nichts warten ja aber bevor ich tot bin jetzt einsam ja aber wie kommst du denn da oben hoch hochgegletscht an den Seiten und dann sind da die Leiter von einem Wohnwagen dann über den Stein da gehobbelt aua ja 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 ich sehe doch nichts hier ist dunkel ja hier oh jetzt bin ich reingefallen Leute ich glaub wir müssen überziehen heute ich komm hier alle nachfolgenden Sendungen verspäten sich um eine halbe Stunde ähm ich hab ein Problem ich hänge jetzt in den Karawan fest da musst du einen kleinen Augenblick warten und dann Menü aufmachen hier mit Tab und dann steht da oben lösen und dann landest du glaube ich wieder auf dem Floß ne jetzt hab ich's oah komm sind wir hier alle nachfolgenden Sendungen verspäten sich um eine halbe Stunde 25 Minuten genau sozusagen wir sind ja schon da hoch so hier ist hier aua was ist das immer wieder runter oh was ist das denn hier ja das ist einer von den größeren Schätzen ja nimm auf euer Werk und erstes Teil von der Seilrutsche reites Teil das eine hatten wir unter Wasser aua zwei Teile haben wir jetzt und das andere müssen wir im Krankenschwesternzimmer sicherlich da wir brauchen noch die hammer see hammer winkel und baumschlüssel oh hinter dir ist ein Puhi ja hab ich gesehen dass der Wasser da war so liebe Leute aber wie es weitergeht seht ihr in der nächsten Folge vielen lieben dank fürs einschalten und dann sagen wir alle mal schaui tschüssi bis demnächst bis bald bis ihr lieben